Herzlich willkommen von der Bildungsmesse hier in den Zentralhallen in Hamm. Neben mir ist Karl-Georg Steffens, der Chef der Ammer Wirtschaftsförderung. Wir hören in diesen Tagen im Rahmen der Bildungsmesse durch Vorträge von Zukunftsforschern, dass sozusagen kein Stein mehr aufeinander bleiben wird in den Berufen, dass sich jeder Beruf in der Zukunft massiv verändern wird. Ist das die Herausforderung, die die Wirtschaft sich gegenüber sieht und mit der Wirtschaft auch wir alle? Das ist korrekt. Also wir haben Megatrends und hier, was Sie ansprechen, der wichtigste Megatrend ist die Digitalisierung. Digitalisierung verändert ja schon Prozesse oder hat das im Prinzip schon seit 30 Jahren gemacht. Die ersten Betroffenen waren die großen Unternehmen, weil die Automobilindustrie insbesondere, die auch als erste sowas wie E-Commerce eingeführt haben, da waren schon massive Veränderungen durch die Digitalisierungsmöglichkeiten, die jetzt sozusagen demokratischer geworden sind, weil sie erschwinglicher wurden, können das auch kleine Unternehmen jetzt nutzen. Und wenn sie die nutzen, werden natürlich einige Prozesse automatisiert werden, die jetzt noch von Hand verrichtet werden. Und das sind Herausforderungen, denen wir uns stellen werden müssen. Kann man beschreiben, welche Prozesse das sind, die der Digitalisierung am meisten Gelegenheit bieten, ihre Vorteile auszuspielen? Also ich denke, so Dinge, die man routiniert, vernünftig, verlässlich, präzise erledigen kann. Alles, was kognitiv, aber auch manuell erledigt werden kann, wird das zukünftig der Computer übernehmen? Natürlich nicht alles. Aber zunächst einmal sind die Prozesse, die sehr stark von Daten abhängen, das sind eigentlich alle kaufmännischen, die sind ja noch nicht vollständig digitalisiert, die sind bei großen Unternehmen digitalisiert, aber eben bei dem kleinen Handwerker noch nicht. Das wäre so ein Schritt, das, denke ich, wird mit wenigen Ausnahmen vollständig digitalisiert sein. Das heißt, die Kaufmenschenberufe wird das als erstes betreffen. Dann sind es natürlich auch viele in der Produktion. Da ist aber der Handwerker nicht gemeint, weil ein Handwerksprojekt ist als individuelles. Das heißt, dort sehe ich jetzt noch keine Arbeitsplatzgefahr unmittelbar, aber natürlich bei kleinen Herstellern, die in kleinen Serien fertigen. Da wird es sicherlich die Tendenz zur Automatisierung auch geben. Und es gibt ja noch so einige Manufakturen, die, denke ich, werden nach und nach auch ersetzt werden durch eben dadurch automatisierte Betriebe. Also im Handwerk, wo man Einzellösungen kreieren muss, konstruieren muss, ausdüfteln muss, ob das eine Treppe ist in einem Wohnhaus, was eben es nur so einmal gibt, das könnte eine digitalisierte Maschine oder Produktionsprozess nicht übernehmen. Wie ist es mit menschlichen Fähigkeiten, Pflegeberufen, wo es um Empathie geht, um Einfühlungsvermögen? Klar, ein Roboter kann jemanden betten und vielleicht in den Arm nehmen oder so weiter, aber der menschliche Kontakt, Empathiengespür für eine Beziehung, wird das auch digitalisiert werden, zunehmend von künstlicher Intelligenz oder wird das auch ein Bereich sein, der eher noch gebraucht wird, wo unsere Fähigkeiten sich vielleicht noch entwickeln müssen? Also zunächst einmal, denke ich, gibt es eine gute Nachricht, dass diese Fähigkeiten ja nicht ersetzbar sind durch künstliche Intelligenz oder nicht so gut ersetzbar sind. Deshalb werden die Berufe, die mit Menschen zu tun haben, auch noch sehr stabil bleiben. In diesem Zusammenhang, finde ich, sogar gibt es Chancen durch die Digitalisierung, die überwiegen weit die Risiken. Beispielsweise, wenn wir an Telemedizin denken, dass also praktisch Sprechstunden jetzt ins Internet verlagert werden, wo man sich etwa bei Videotechnologien dann austauscht mit dem Arzt und dann eben auch Daten übertragen kann. Da ist dann ein Vorteil für nicht mobile Patientinnen und Patienten, denn eben auch schnell ein Arztgespräch zu bekommen mit wenig Aufwand, wo dann Kosten gespart würden, die nicht zulasten des Patienten wären. Da gibt es also Möglichkeiten, durch Technologie das besser zu machen. Auch in Hamm gibt es ja da Ideen dazu zu machen. Es gibt den Lehrstuhl von Professor Hohenberg, der sich genau um solche Themen auch kümmert, wie man also Digitalisierung zum Wohle des Patienten einsetzen kann. Man darf ja nicht vergessen, viele Routinetätigkeiten sind ja auch langweilig. Jemand, der mit Menschen arbeitet, sei es Arzt, sei es Pflegerin, die möchten natürlich mehr Zeit mit den Patientinnen und Patienten verbringen. Die Routinetätigkeiten, wenn die automatisiert werden können, würde das den Beruf sogar aufwerten können. Da gibt es also positive und negative Dinge zugleich. Und da, wie gesagt, da sollten wir auf die Chancen gucken. Das heißt, wir haben mehr Spielraum, etwas auszuprobieren, etwas Neues zu kreieren, mit Findigkeit und Fantasie etwas machen, was Menschen vielleicht nützlich ist, sinnvoll ist. Das heißt, können noch viel mehr entwickeln, was vorher vielleicht zu kurz kam. Werden wir mehr künstlerischer, mehr kreativer sein dürfen? Das glaube ich nämlich auch, dass wir das sein dürfen. Ich nehme mal so ein Beispiel des Digitaldrucks. Durch Digitaldruck können wir jetzt sehr einfach dreidimensionale Kopien, zum Beispiel von uns als Personen auch, erzeugen. Das erlaubt natürlich Kreativität von Menschen, die niemals in der Lage gewesen wären, zum Beispiel eine Skulptur herzustellen. So etwas geht jetzt durch Digitaldruck. Das eröffnet Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten. Individualisierung, man spricht ja davon, Mass Customization, das ist halt mit Digitaldruck auch im Handwerksbetrieb möglich. Das sind Chancen, die wir haben. Ich muss Ihnen sagen, ich weiß nicht, wie das jetzt per Saldo aussieht, aber eins kann man sagen, es wird Arbeitsplätze geben, die fallen weg. Alles das, was Routine ist, aber für kreative Köpfe sind die digitalen Technologien eine Riesenchance, denn man braucht gewisse Begabungen nicht mehr. Ich bin künstlerisch unbegabt, aber ich weiß jetzt, wenn ich etwas nachmachen will, dann nutze ich einen 3D-Scanner, anschließend einen 3D-Drucker und habe auch ein Resultat, das vielleicht nicht so schön ist wie das von einem Künstler, aber es ist erstmal ein Resultat. Jetzt eine ganz direkte Frage, werden sich Schulen möglicherweise ändern müssen, wenn es weniger darum geht, etwas zuverlässig, vernünftig, effektiv, professionell zu erledigen, sondern mehr Projekte zu managen, sich etwas einfallen zu lassen, den Mut zu haben, was auszuprobieren, was in der Schule vielleicht bisher, weil etwas gepaukt wurde, instruiert wurde, reproduziert wurde, zu kurz kam. Wird auch Schule projektorientierter sein müssen, mehr Freiräume den Jugendlichen schenken und einladen zu gestalten, mehr zu gestalten als vernünftig, schrittweise was abzuarbeiten? Wird Schule sich möglicherweise ändern müssen? Also das möglicherweise unterstreiche ich, ich glaube, dass sich die berufliche Bildung darauf einstellen muss. Und das tut sie ja auch. Deshalb bin ich mal vorsichtig mit Schule, weil Schule ja auch allgemeinbildende Aspekte hat. Da möchte ich das doch lieber den Zuständen überlassen. Aber an den Hochschulen passiert sowas schon. Es gibt andere Lehrmodelle. Die SRH-Hochschule hier in Hamm beispielsweise hat ein anderes Lehrmodell schon entwickelt. Die machen das projektorientiert und es gibt ja auch Schulen, die das machen. Möglicherweise werden sich Berufsschulen darauf einstellen müssen. Es wird Veränderungen geben. Ich bin nur, wie gesagt, vorsichtig. Wir haben ja ein bewährtes Schulsystem, was auch schon viele Krisen überstanden hat. Aber tatsächlich muss man sich darauf einlassen, natürlich, auf die neuen Technologien. Das heißt, Fächer wie Informatik, da lege ich mich mal aus dem Fenster, sollte eigentlich Pflichtfach werden. Dass man eben, dass jeder Jugendliche sollte programmieren können. Zumindest eine Vorstellung davon haben. Denn nur dann kann man auch absehen, was in so Computern passiert. Also gewisse Dinge müssen ändern. Glaube ich schon. Wunderbar. Danke, Herr Dr. Steffens. Danke, Herr Dr. Steffens.